5, 4, 3, 2, 1, los! In lange 6 rechts und 2 rechts. Gerade 50 und 3 links über Kuppe. In 6 rechts 30. Lange 4 links. In lange 5 rechts wird enger auf 4 über Kuppe. Und lange 3 links wird weiter 50. 6 rechts in 3 links. 6 rechts über Kuppe nicht schneiden, gerade 100. 4 links wird enger. 50, lange 6 rechts über Kuppe. In 5 links 50. 5 links über Kuppe innen halten. In 4 rechts über Finish nicht schneiden. Und 6 links bis Stopp. conduits 200. 4 rechts, 160. 5 links über Kuppe innen 30.